Tja, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch. Hä? Fußbuhren? Hm. Hä? Was war das für ein Geräusch? Wir sind hier in einer Demo von Sanse und er meinte, ein Knilch aus dem Gegnerteam hätte an und ich soll auch mal drauf schauen. Das machen wir jetzt auch direkt mal gemeinsam, neulich, und lasst uns die wilde Fahrt beginnen. Wir fangen direkt bei Runde 1 an und gucken mal so ein bisschen, wie der Hase läuft. Wenn ihr mir auch Demos schicken wollt, dann könnt ihr mir die einfach per E-Mail zukommen lassen. Und die E-Mail müsste einfach in der Videobeschreibung stehen und schreibt bitte immer dazu, wer der Suspect ist, also wie der Ingame heißt. Weil ich kann mir halt nicht irgendwie, also fünf Leute jeweils angucken, das gesamte Spiel oder so, bis ich dann herausfinde, wer was ist. Euch, Dankeschön. Ja, da ist jetzt fürs Erste nichts zu erkennen, aber gut, in der ersten Runde könnte man jetzt auch einfach behaupten, kann auch ein, ja, kann erst noch ein ganz normaler Mensch sein. Der hat noch keinen Scheiß an, hat es dann erst dann anmacht, wenn er sich ufrägt. Der Suspect macht einen kleinen Banane-Run und wird fast... Shit, dude. Er spielt hier übrigens gegen Sanse, Biene und Co., also er hat ja auch auf jeden Fall starke Gegner an der Backe. Gucken wir mal, ab wann er keine Lust mehr hat. Okay, da war er schön drauf. Dann machen wir mal weiter. Smoke, aha, aha. Wir müssen auf jeden Fall auch wieder auf den Fokus achten, denn die letzten beiden Overwatches, ich glaube, das war beides, ähm... Mission Assist. Und ja, ich denke, das ist auch ein Cheat, den man halt gerne nutzt, ne, weil er eigentlich gut, äh... Uiuiuiui. Zu unterdrücken ist, oder zu überspielen ist vielmehr. Bei Mitte kommt gerade jemand. Achtet auch genau, wohin er guckt, zwecks Prediction und sowas. Er hat den einen im Blick, er hat den anderen im Blick. Äh, dieser Peak eben war eigentlich nicht notwendig, weil sein Mate sowieso im Pitch steht und den auf Short begutachtet. Er spät hier rein, guckt genau auf den Feind. Ich würde jetzt schon sagen, äh, Vision Assist. Ja, äh, Vision Assist. Äh, das ist ja wirklich eine absolute Frechheit, oder? So, eine kleine Ratte. Wir gucken natürlich weiter, ob es sich verdichtet. Aber er sieht doch schon sehr stark danach aus. Dann machen wir da eine kleine Nate. Mhm, 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 mhm. Passt genau auf, wie er Blackbird hier weiterhin im Auge behalten wird. Guck mal da. Guck mal, wohin er aimt. Und hier drüben ist Blackbird, meine ich, hier, Blick, Blickbird. Na, komm. Ja, also er ist sich hier natürlich, äh, durchaus sicher, wo dann die Gegner stehen, wo sie herkommen und so weiter und so fort. Zwecks Visions Assistenz. Aber hat er auch aimt mit dem Gepäck. Wir gucken mal. Das ist aber auch wirklich ganz, ganz frech, was er hier treibt, ne? Und dann will er das so rüberkommen. Also er hat das aber ganz straight daneben geschossen. Und dann wird er das so rüberkommen lassen, als wenn nichts wäre. Dabei waren ja alleine jetzt schon mindestens zwei extrem obvious Dinge, die natürlich auch, könnte auch krass das Timing sein gerade. Also Timing im Sinne von Anlag für ihn. Och, guck mal da, ne Desert Eagle Fennec Fox hat er die aufgehoben. Wer hat ne Fennec Fox? Ich glaube, Bina hat eine, oder? So, auf, komm, Suspect. Zeig mir jetzt dein wahres Gesicht, du ekelhaftes Schwein. Pfeffert da noch ne Nate rein. Guck mal, guck mal, guck mal, wie er auch auf Seite drauf geht. Da ist bestimmt keiner mehr. Hundertprozentig ist da keiner. Das ist echt lächerlich. Das ist sehr, sehr lächerlich. Und seine Mates waren noch nicht drauf und haben gecheckt. Da hätte überall hier einer noch stehen können. Er hat auch die Cities genau im Auge. Also eigentlich, ich würde hier sogar schon sagen, man muss gar nicht ja weiter reingucken. Man hört ja gerade auch sehr, sehr viel, dass seitdem Overwatch nicht mehr funktioniert, es überlaufen wäre mit Cheatern, das Matchmaking. Was davor ja, also davor haben ja schon viele geklagt, dass da sehr, sehr viele immer wieder am Reinscheaten sind. Aber jetzt wäre es ganz schlimm. Ich kann hier nur noch mal jedem empfehlen. Spielt extern. Kommt zum Beispiel einfach auf eSportle, meldet euch da kostenlos an, ladet deren Anti-Cheat runter und dann könnt ihr da vor euch hinspielen. Es sind signifikant weniger Cheater. Also wir spielen hunderte Spiele und haben dann mal einmal die Meldung, oh da wurde jemand gebannt. Wir hatten es jetzt schon zweimal, dass jemand, wir spielen da über ein Jahr drauf. Und zweimal kam die Meldung, dass jemand wegen Cheating gebannt wurde. Es wurden schon andere wegen anderen Sachen gebannt, also wegen Toxicity und so weiter und so fort. Weil dort auch geschaut wird, dass du halt dann nicht komplett umgebibbelt wirst, also verbal. Aber ja, also du hast auf jeden Fall nicht irgendwie diese Cheater-Massen am Start wie im Matchmaking. Also bei weitem nicht. Eigentlich so gut wie gar keine. Was macht er? Ich würde sagen, wir machen die eine Runde jetzt noch und dann war es das, weil eigentlich, ich kann ja nicht rausziehen. Vision Assist auf jeden Fall. Pass auf, ich spule jetzt einfach noch mal ein gutes Stück vor und wir gucken, wie es dann aussieht. Weil letztes Mal habe ich nur halt einen gewissen Teil lang geschaut und dann meinte, Schäkel, glaube ich, der mir die Demo geschickt hat, dass er in der zweiten Hälfte noch viel krasser gecheatet hätte. Wir gucken mal kurz. So, zweite Hälfte und leider habe ich genau in seine ersten Fracks reingespult. Ich keck, sorry. Kann er jetzt nicht so sagen, ob das irgendwie nach Hardcore Vision Assist aussah, aber du kannst natürlich an der Kante perfekt abwarten, ne? Dein Timing nutzen, weil du ja weißt, wann sie kommen. Zwecks Vision halt. Und er so, oh, oh, da stand ein Feind. Ich habe den gar nicht gesehen. Ach, scheiße, Mensch. Mach deine letzte Runde, du Kek. Das ist Demi. Das war doch sowas von Demi. Oder der Kusa. Der war leider etwas akkert, wie es aber was soll man machen? Nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank an Sanse für die Demo. Wir lösen jetzt noch geschwind ein Giveaway auf und gehen dann ins Neue rein. Und zwar gab es im vorletzten Rangle eine McTen Allure zu gewinnen. Ich habe hier schon alles eingestellt. Bapp, bapp, bapp. Dankeschön für 13 Kommentare. Wir snacken uns den Gewinner her. Ach, ich habe da auch kommentiert. Ach so, ja klar, mein Startkommentar. Hätte nur zwei Sterne gehabt. Man sollte beim Rangle einfach mitmachen, also wohl sagen, was die hatten. Ich würde sagen, indirekt ist das richtig, Peter Carsten. Obwohl es ein bisschen mager ist. Ich lasse es mal trotzdem zählen, weil ich es nicht genauer definiert habe. Ich habe halt gesagt, man soll einfach nur mitmachen. Beim Video. Und ich habe halt zwischendurch auch gefragt, wie viele Sterne man gehabt hätte. Also von daher passt das. Peter Carsten, du hast somit die Allure, oder wie sie ausgesprochen wird, gewonnen. Um den Gewinn abzuholen, fügst du bitte hier in deine Videobeschreibung noch deinen Trade-Link ein. Und schreibst mir unter diesem Video, das du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Vielen lieben Dank. Und jetzt machen wir doch geschwind ein neues auf. Und zwar gibt es für euch die Mc7 Monster Call zu gewinnen. Dafür beantwortet ihr einfach folgende Frage. Wie gerne spielt ihr die Desert Eagle? Wir haben gestern im Stream mit den Gathers wieder so viel Diegel-Action gemacht, dass wir mitunter alle 10, also im Internen, halt Diegel gespielt haben. Und ja, es bockt einfach rein. Darum, wer spielt wie gerne die Diegel oder auch halt wie nicht gerne. Das wäre es dann auch soweit wieder gewesen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Wir streamen dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr. Und jeden Freitag ab 20 Uhr. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken Fettner Mutter auf die Instagram-Messe. What?